Ein schwerer Fall für Scotland Yard. Mr. X ist auf der Flucht und in London untergetaucht. Einziger Anhaltspunkt für die Detektive? Seine Fahrscheine. Doch wo in London hat er sie benutzt? Da! Plötzlich hat man ihn kurz gesehen. Das ist die Chance, ihn zu fassen. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf bewahren und messerscharf kombinieren. Die Detektive rekonstruieren mögliche Fluchtwege und versuchen Mr. X einzukreisen. Hat die Jagd durch London nun ein Ende? Scotland Yard. Das Kultspiel für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren.